Das ist was glänzendes, guck mal. Was ist das? Da. Es raucht. Was mag das sein? Das ist so eine Landungskapsel. Tschusen Landungskapsel. Tschun Landungskapsel. Tschusen. Ich sag aber Tschun. Lande Tschun. So, gut. Weg zum Pilzfelsen. 500 Meter. Hier steht ein Feind. Weggeschwarzt. Oh, ein Fisch, ein Fisch. Ey. Blöder Fisch. Ihhh. Piranha Fisch. Ist er weggebrennt. Markiere du schon nicht so oft. Guck mal, du hast das Pökelfalle gelost. Oh. Her damit. Hey. Da sind deine Pökel. Wo rechts stehen welche. weggeschwarzt. Wo ist das ein Fisch? Weggeschwarzt. 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 Oh. Wo geht denn die Austiere her? Kann man kaufen. Sieht aus wie'n Arsch! Was? Sieht aus wie'n Arsch, der Helstar! Mehr Landungskapseln, mach dich bereit, was? Wasser sieht ganz brauchbar aus. Bei mir zu managen. Zieh ich gleich, wo ich den Granat werfe. Kann man Schaden machen, dem Ding? Schroflinzen sind so brauchbar an dem Ding. So, jetzt gehen wir mal... Ich hab da nen Totenkopf auf Nummer 2. Nummer 2? Jetzt drück' ich mal besser net. Ich drück' mal, warte mal. Giftstüber! Oh, deine Erfahrung ist ge- Ihhh! Was ist deine Erfahrung gelassen? Das ist meine Giftgaswolke! Ah, Schussschild kann ich mit Nummer 2 drücken. Krusell, Einsatzkraftfeld! Wow! Das ist... Ah, ist der FN Side-Up! Ich würd gern durch die Eigenschaften durchscrollen können. So ist das scheiße. Direkt wenn ich drücke, gehen die los. Ja, 1 und 2 muss man... Ja, wenn ich die drücke, gehen die direkt los. Ich will die zuerst durchscrollen, dann auswählen und drücken. Wie bei den Waffen. So ist das scheiße. Ich hab meine Finger nicht auf den Zahlen liegen. Ja, muss man eben... Schnell sind. Das ist scheiße. Gut. Gehen wir mal weiter. Auf zum Arsch, Fels. Nee. Du Schuhlaufen, dritte Person oder Ego? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Mist, mal so, mal so. Genau. Oh, ein Bach. Guck wie er krabbelt. Was? Hast du geduckt? Mhm. Latsch, latsch, Wasser treten. Was ist denn das hier? Ein Sandhaufen. Backe. Ja. Hier ist der Pilzfelsen. Ha. Tutorial-Tipp. Was? Halte leer gedrückt, um deine Sprungdüsen zu aktivieren. Das wissen wir. War nix neues. Nein. Was ist für die Noobs? Wir sind ja schon voll, Bros. Sind die Armee HWBS? Ja. Ach, übrigens so. Kogumelo Accord Facility. Heading inside. Warte mal. Was? Kontakt. Multiple chosen. Facility is overrun. Dammit. More contacts behind us. Punch a hole. We're going in. Punch a hole. We're going in. Captain Fuller. Captain Fuller. Captain Fuller. Report. What is your situation? Captain Fuller is gone. Mhm. Bleib mal stehen. You need to get moving. Ich muss dich beeilen. Stoße die Chosen Invasion am Pilzfelsen. Was stoppe, nicht stoßen. Erreiße Fuller's letzte bekannte Position. 5 Inchmeter. Mhm. Hast du genug, Moni? Unendlich. Was für schön. Für dich. Stroflint hat ein Endlich. Mein anderer hat 335. Der Granatewerfer hat bei mir Unendlich. Der ist scheiße. Stroflint ist einem das Beste, was ein Ding dran ist. Und die Bettelschale. Und die Bettelschale, genau. Los geht's. Drücke X in meine Taschelampe einsetzen. Brauche ich nicht. Stell die Grafik einfach höher. Ja. Ja. Was ich immer noch sagen wollte. Unsere Armee heißt HWBS. Das muss gesagt haben. Ja. Was sagen warum. Ei. HW wie hat's wurscht. Und BW Blei. Und äh. SW ist bei. Genau. Der fehlt noch. Genau. Blei fehlt noch. Ob der Lust darauf hat. Bezweifle ich. Aber werden ja sehen. Hier steht was. Ah Flügel. Wollen wir fliegen? Ne. Wollen wir. Wohin geht's lang. Wohin geht's lang. Ne. Wohin geht's lang. Hey. Mal sehen. Vielleicht ist er das nächste mal dabei. Vielleicht doch nicht. Hier 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 hier. Reden jetzt hier. Können stehen welche. Wo kommt die auf einmal her? Er war hinkommen, zukommen. Was ist denn hier ohne das? Guck mal das Loch. Hui, Höhle! Ich kam der Udomo aus der Höhle rausge... ...geploppt. Was ist das? Grafik-Bug. Oder jeden leuchtender Pilz. Da steht ein rosanes Geschütz. Die Schwuckele sind schon unterwegs überall. So weit geht's lang. Sturm. Ja. Das ist scheiße, dass die durch Vorrenner alles platt machen. Mhm. Kommandoraum. So wenig Schaden macht das Ding ganz. Freut dich. Äh, hier ist ne Scheibe. Oh, hier ist er kaputt. Ja. Man kann auch während dem Springen nachladen, weiß ich, oder? Ja. Nee. Okay. Doch. Während dem Joggen und Springen kannst du auch noch laden. Ah. Ich weiß nicht wie das für dich ist, aber der Baum hier sieht schon ziemlich grenzwertig aus. Nein, das sieht gut aus. Wie. Was hält dem? Wie. 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 Was mü. Wenn du. Ehhhh. Wenn ich es könnte. Nein, ich kann es nur hier stellen. Meine Schale. Stellst du mal auf? Der hat das Schild! Oh, das ist der Faktor. Oh, das ist der Faktor. Haha, was reitet der? Alter, was explodiert er denn hier? Oh, noch einer! Warum kann ich ihm dem Tuch helfen? Dass er nicht zum Team gehört. Hier beginnend es endlich. Achso, das wiederholt sich hier immer, du, weil das machen ja ständig neue Leute. Aber haben die ja so viel Zuwachs, dass sie ständig... Wir müssen gleich da zurückkommen, oder hier ist unser nächstes Ziel. Da kommen jetzt neue Leute, die machen das, was wir eben gemacht haben. Da muss das Spiel ja ständig Zuwachs kriegen. Ah, das ist erst seit voriges, seit drei Tagen online. Beta-Phase ist rum, los geht's. So, und jetzt müssen wir verlassen den Bereich. So, wo ist nebenan hinten? Flieger. Ich weiß nicht, wohin. Ich fliege bei dem Flieger in der... Ja, ich auch, aber... Ich fliege dir in der Moment, weil ich nicht weiß, wohin. Ich kriege Punkte, warum auch immer. Ach, mein Geschützball hat noch. Ah, daneben ist es, guck mal, hier ist Ziel. Ah, ja. Hier kann man jetzt als Person machen. Ich meine, Ego-Ansicht. Nö, ich lande hier auf dem Fels, so. Ja, 120 Meter, so, ich bin da. Reloading. Hast du gelesen oben? Nö, nö, nö. Läs mal. Ah, also wie im Borderlands-Kurs. Ja, ja, genau.